Ihre Mitarbeiterin wurde ihm verhaftet. Ist mir nicht entgangen. Sie hat uns fast verraten. Warum kommt Mr. Kostakis eigentlich nicht persönlich? Brauchen Sie einen besseren Grund, als was sich eben von meinen Augen abgespielt hat? Jackson, Sie sollten Ihren Fehler sofort bereinigen. Ihre Freundin ist für uns verbrannt. Sorgen Sie dafür, dass Sie keine Probleme mehr machen. Ja. Hank, Sie haben ein Problem. Verdammt. Bleiben Sie stehen, Polizei! Mein Gott. Vielen Dank.